Ja, so, so. Ja, hi Leute. Ich bin's, der Phallus. Und einige von euch wissen es vielleicht schon. Ich bin hauptberuflicher Schauspieler. Und da ich für meine neue Rolle eine etwas, sagen wir mal, kürzere Frisur brauche, wo mir die Haare nicht so ständig ins Gesicht fallen, müssen die jetzt leider ab. Und da habe ich gedacht, da gehe ich natürlich direkt zu meinem Lieblingsfriseur, dem Friseur Salo Hattenberg. Und ich nehme euch direkt live mit, vor der Folge das alles zu sehen. Viel Spaß dabei. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020